Emergency 5 ist das Rettungsstrategiespiel mit dem Ziel, Leben zu schützen und zu retten. Der Spieler ist Einsatzleiter in einer simulierten Stadt und bekämpft dort Notfälle mit Feuerwehr, Polizei, Rettungspersonal und technischen Hilfskräften. Wenn die Einheiten aus der Emergency Base ausrücken, löschen sie Brände, reparieren Gasleitungen, nehmen Randalierer fest oder versorgen Verletzte. Die Emergency Serie ist seit 1998 erfolgreich. Emergency 5 hebt die Serie nun auf das nächste Level. Die Entwickler haben nicht einen Pixel von den Vorgängern übernommen. In Emergency 5 sind drei Städte als weitläufige Karten enthalten. Die Münchenkarte reicht von den alpinen Skigebieten bis zur Frauenkirche und entsprechend abwechslungsreich sind auch die Einsätze. Vom Skiunfall bis zum Feuer auf dem Oktoberfest. In Hamburg kann es zu Bränden im Hafen oder Bankenkriegen auf der Reeperbahn kommen. In Berlin gibt es das Brandenburger Tor, die Siegessäule und den Reichstag zu bewundern. Doch die Retter sollten sich nicht ablenken lassen. Der nächste Alarm kommt bestimmt. Übrigens, mit dem enthaltenen Editor können die Spieler auch eigene Karten entwerfen und Fahrzeuge verändern. Machen wir uns bereit für unzählige packende Einsätze. Werde Einsatzleiter in deiner Stadt. Emergency 5 ist ab den 28. November für PC erhältlich. Bestelle jetzt vor und sichere dir dein Exemplar der limitierten Deluxe Edition.